die eule so ich habe eh keine erfahrung gehabt kann ich nichts machen? gibt es hier irgendwie so ein geheimen versteck mit schönen loot? für mich? nur für mich? nichts? gar nichts? warum? ach so da kam ich her kann ich das jetzt theoretisch öffnen? ja pass auf bevor man das... ich speichere noch mal kurz ab beziehungsweise save für mich äh quatsch du mich noch mal auffüllen ach so erfahrungspunkte ne? die jagen wir auch noch gleich mit rein und dann holen wir uns doch mal was hier drinnen sich versteckt äh hallo? tritt ein, blinkt mit glück herein wie? einfach nur drei stück? ohne bösen hintergedanken? ok nehm ich gern jaaa das habe ich mir gewünscht die lerbeflasche jaaa ein großes schwert jippiei toll das war es? echt jetzt? sonst ist hier nichts? kein geheimnis mehr gar nichts? oh was ist denn nun passiert? da wollte wohl das spiel nicht dass ich weiterlaufe also ok ich geh wieder zurück natürlich wartet er na was? was machst du denn? na gut sooo dann gucken wir nochmal hier lang ach da wartet ja unsere getreue helferin die grundsätzlich nichts tut außer sachen von mir abzuverlangen jaa ok es gibt echt nichts besonderes mehr so erschreckend oh guck mal ist das wieder ein schwert? was ist denn das jetzt hier grad für ne typ wieso steht denn da jetzt nicht mehr was das ist? ist das grad blöd? schaden energiegewicht schaden wert schaden wieso steht denn da nicht mehr was das für ne waffengattung ist? was ist denn das? ach was ich da drin noch war ok ok verstehe jaa dann können wir das wohl auch wieder vergessen ok alles gut was willst du? wow ich muss zugeben das war eindrucksvoll jede Menge Übung natürlich und dass ich mich um diesen Kerl da gekümmert habe war natürlich ein Kinderspiel den hätte ich auch noch geschafft die Beute gehört dem Sieger also nehme ich mir das als Souvenir was machst du denn mit den ganzen Steintafeln? du hast viel zu viel lass mich helfen also langsam kann ich dich echt nicht mehr leiden ey was hast du bitte gemacht außer blöd rumzustehen du warst ja nicht mal da hier nimm deine blöden Steintafeln eine Freude mit dir Geschäfte zu machen machs gut und pass auf Schlangen auf oh Gott war ich froh dass sie da war ich krieg nur Schrott na toll krach alter warum zum Teufel musst du mich so erschrecken? was willst du jetzt? krach nicht töten Lorak gib mir einen Grund dich nicht augenblicklich zu töten hikra Belohnung ich für die kräg kräg wofür? na los werde weiter kräg rura bringen schädel krach melchenschädel rohack rohack belohnung rohack belohnung wozu brauchst du menschenschädel? medizin brauen kruch schmerzen urheack aufhören kragen schild geben raku 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 rau 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 ja komm mal sehen was ich finden kann ich hab jede Menge davon krach krach wie heißt dein Bruder? du heißt krach und dein Bruder heißt bumm oder? entschuldigung krach bringen ich habe hier ein paar Ja mal, ganz ruhig. Hat jetzt wirklich alle Schädel schon genommen? Also was habe ich denn da für ein tolles Schild gekriegt? Was ist das? Drachenschild? Och Stärke, echt jetzt? Tja, und vielleicht sollte man auch mal auf Stärke skillen, damit ich wenigstens ein Schild tragen kann, was halbwegs anständig ist. Ach, der Rest ist ja alles, was ist denn das? Ach, das habe ich ausgewählt, ich bin auch schon total wirr im Kopf, ach man, jetzt denkst du, hey, vielleicht hast du jetzt mal ein geiles Schild gekriegt, ist ja auch geil, aber nichts für mich. Dann laufe ich halt weiter mit dem rum. Denken ist das Portal. Gibt's denn vier Leute? Ach, hier sind wir. Interessant. Okay. Sind wir hier jetzt eigentlich fertig? Ja. Okay. Hier geht's noch weiter, okay. Ach, jetzt gib doch mal Ruhe, ich habe doch die ganzen Schädel abgegeben, jetzt sind wir brav und hartig. Mensch, 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 Mensch. Was ist denn nur am, am rumkrakelen? Oh. Hi. Jetzt waren wir beide von uns überrascht. Auf. Ey, Moment, ne, ich habe hier gerade einen großen Bossi-Boss erledigt. Wo hast du dein blödes Herz versteckt? Na? Nerv nicht. Ach, jetzt ist aber gut hier. Autsch. Sag mal, was ist denn hier los? Hast du jetzt das Kämpfe verlernt? So, wo holst du jetzt deine ganze Energie? Nicht anvisieren. Endvisieren. Da oben irgendwo. Ach, komm schon. Nee, geh weg. Da hinten. So. So, jetzt können wir doch mal reden, oder? Sag mal. Kein Wunder, dass keiner mit dir spielt, wenn du so bescheuert hier angibst. Au. So. Ich dachte, du bist gut. Jetzt ist aber mal Sense hier. So, was haben wir denn hier jetzt? Okay, ich muss doch da irgendwann wieder mal zurück, weil es ja irgendwelche ominöse Siegel gibt. Gebrochen werden wollen. Ja, Zauberbereit, Juhu. Was mache ich denn hier jetzt eigentlich noch? Äh, was ist denn? Finde Antanas und Kaslo in der Zitadelle des Klosters. Ja, wo war denn nochmal das Kloster? Hehehe. Hallo. Oh, halt. Deswegen habe ich da nie ein Schild ausgerüstet. dieser scheiße hier ist zu schwer was macht er hier wir haben diese leuchtende tür gesehen als wir vor den roger geflohen sind und sind hinein gesprungen könnte es noch schlimmer kommen wir können nicht zurück und der hauptmann er vergibt uns niemals wir sitzen fest ihr seid vor den roger kämpfen geflohen und hierher gekommen und woher sollten wir auch wissen wohin sie uns führt ja was ist mit dem da passiert hier wimmelt es von diesen ungeheuern sie haben ihn erwischt wenn er keine medizin bekommt dann ist es aus mit ihm bitte du hast doch bestimmt einen heiltrank übrig ja hier das sollte erst einmal helfen er verschwindet besser wir waren auf dem weg zum turm bei der brücke dem auf der rechten seite wir wollten uns da verstecken aber ein mächtiger dämon bewacht den turm was wir waren auf dem weg zum turm bei der brücke dem auf der rechten seite ich werde sehen was ich tun kann danke welcher turm da habt ihr euch aber voll ins fettnäffchen rein manövriert muss man schon sagen na gut an welcher brücke die gleich am anfang ach das sind türme oder was ne warte mal das müssen wir von hier sehen was willst du jetzt ich bin im auftrag des herren unterwegs feierabend das ganze gesocks auch wieder da ui ist aber voll geworden hier ah die lichter sind aus hey hey ich will au dich mag keiner naja guck mal kann ich das jetzt öffnen nein warum ist denn das zu ist doch case warum stehen hier so viele gesocks rum wer hat denn das jetzt erlaubt so wo soll denn jetzt diese ominöse rechte turm an der brücke sein ach super wir gesehen und auch gebrochen ja dann können wir dich auch gleich weg machen dann ist egal einschlag da hat wohl der krit schaden zugeschlagen so 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 an der brücke okay kann ich irgendwo die quest eigentlich einsehen mal so nebenbei das sind nur über lieferungen hm hm durchquere die katakomben und suche in der zitatelle nach atanas oh die katakomben haben wir noch schon durch ich habe den poster schon gelegt äh okay so was hat was hat der gutste gesagt an der brücke hast du vielleicht das hier gesucht nein genau genommen hat es nach mir gesucht und jetzt hat es mich gefunden kann mir das helfen durch die dimensionen zu reisen nein aber mir ich werde zugegen sein wenn du meine hilfe mit deinen drohnen brauchst okay ähm wir machen jetzt mal hm aus 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 den äh aus den nahkampfhafen die ich jetzt an hatte ähm aus den nahkampfhafen die ich ach da die ich an hatte die raus und machen die hä Moment 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 Hä warte mal also was mache ich denn hier gerade was habe ich denn hier für ein Menü so nicht Energie Gewicht interessiert mich nicht Typ welche Waffe habe ich denn gerade ich dachte ich kann da auch eine Rune reinknallen nein nein kann ich nicht kann ich nicht kann ich nicht dann eben nicht ist mir recht das hier die 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 kann ich den dann rufen. Alles klar. So. Brücke. Da ist doch kein Turm. Ha. Alles sehr, sehr, sehr komisch. Naja, komm. Wir gehen mal zurück. Vielleicht... Brücke. Gab es in der Welt irgendwo eine Brücke? Nicht, dass ich jetzt wüsste. Naja, wir gucken mal. Sesam, öffne dich. Vor allen Dingen, durchquere die Katakomben. Ich hab die komplett durchleuchtet und hab nicht gef... Was? Ha? Was? Was ist mit dir jetzt? Verdammt. Diese Schmerzen. Welche Schmerzen, was ist denn mit dir jetzt kaputt? Welche Schmerzen, was ist denn mit dir jetzt kaputt? Auch nicht. Was willst du mir denn mit deinen Schmerzen sagen, mein Freund? Mehr Kontext. Warum läuft der jetzt da hinten rum? Das macht er sonst nie. Wie? Will ich da jetzt in die Katakomben? Öh, bist du... Ach, da! Kann ich dir helfen. Dafür ist es zu spät. Hier ist wohl kein schlechter Platz zum Sterben. Was war hier los? Wir sind durch die Katakomben entkommen. Es gibt einen uralten Weg, der in den Keller der Zitadelle führt. Ich habe es nicht geschafft. Die anderen sind in die offene Wegpforte gesprungen. Ihr... Ihr wart auf der anderen Seite? Warum? Ich habe den Ansturm der Roga aufgehalten. Es gibt also noch Hoffnung. Das müsst ihr Antanas melden. Vielleicht hört er dann auf mit diesen... Was? Geht durch... Götter Kompben. Äh... Antanas... Werdet... Sehen. Menschliche Tätowierung. Was habe ich gemacht? Ich habe das vom Arm runter geschnitten. Vor allem, ich habe den gar nicht gesehen. Also gut, dann sage ich jetzt mal Ruhe in Frieden. Ähm... Das ist da? Also, das ist ausgesehen. Ich verstehe nicht, welche... Rechts... Brücke... Hm... Ich überlege dir ganz, welche Brücke das war. Ah... Welche Idee. Halt! Stopp! Bleib mal da! Weg! Wenn du gerade in der Nähe bist. Hätte ich gern mit dir gesprochen. So. Wer will? Wer will? Du willst? Gut. Der Nächste bitte. Hallo? Oh Gott. Jetzt geht es wieder durch mein Lieblingsgebiet. Die Katakomben. Ich liebe es. So. Jetzt machen wir hier erstmal cheesy. Und dann stelle ich mich in den Nahkampf. So. Ja, ja. Mach dich nackisch. Ach komm, ich. Horn Ochse. Hui. Das war aber... Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Werde ich nicht. Lass es einfach. Na dann. Aber die Katakomben. Oh, wie einladend. Hab ich ja noch gar nicht gesehen. Interessant, interessant. Was? Zauberbereit. Das ist schön. Oh Gott. Ey. Wieder da rein. Ich bin da so ungern drin. So. Ich quere die Katakomben. Ich geh gleich den Shortcut. Ist nützlich. schließt euch gleich noch mal auf so du hervorglänzen ich hatte hier total vergessen also ich merke schon ich war total unterpowered als ich durch die katakomben durch gewühlt bin das ist natürlich ein großes kino geht es hier eventuell irgendwo bei der wo ich vorher nicht weiter kann dich hatte ich auch wieder auch weißt du warst machen wir doch nicht so lange rum und jetzt habe ich keine ahnung wo wir hinlaufen hier lang hinten kann ich mir das einfach nicht vorstellen weil die da ist ja dieser shortcut ist okay warum glüht eigentlich mein dolch so ist mir auch also ging es ja nicht irgendwo rechts ach hier das ist hier hinten nochmal wahrscheinlich ein gegner gar nichts ach ja ich habe jetzt keine lust mich da wieder komplett durchschlagen zu müssen monsterverlies das ist schön gibt es jetzt vielleicht eine möglichkeit ist